Schon klar, so ein Praktikum in Frankreich ist natürlich nicht das gleiche wie, sagen wir, ein Trip zum Mond. Ein kleines Abenteuer, aber doch. Und deshalb ist gute Vorbereitung alles, damit du mit der anderen Sprache und Kultur klarkommst. Ist aber eigentlich ganz einfach. Mit Parcours, der Sprachlernplattform des deutsch-französischen Jugendwerks. Aber Parcours ist viel mehr als das. Ein Tool, mit dem du nach und nach neue Begriffe lernst, die du sofort anwenden kannst. Die dich vor Ort weiterbringen. Ob in deinem Praktikumsbetrieb, bei der Wohnungssuche oder den Herausforderungen des Alltags. Und noch mehr. Denn mit Parcours machst du dich nicht nur fit im Sprechen und Verstehen, sondern bist auch bestens vorbereitet auf neue Erfahrungen in einer anderen Kultur. Effektiv lernen und interaktiv. Bei Parcours triffst du junge Leute aus Frankreich und Deutschland. Hier kommen alle gemeinsam weiter, aber nach ganz individuellem Zeitplan. Denn wann und wie lange du lernst, bestimmst du selbst. Und das Beste, Parcours macht nicht nur Spaß, sondern ist auch kostenlos. Ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie man sich auf einen Trip zum Mond vorbereitet. Aber wenn für dich ein Arbeitspraktikum in Frankreich ansteht, dann liegst du mit Parcours genau richtig. Also, komm vorbei und meld dich an.